Hallo alle zusammen, heute geht es mir in diesem Video um die aktuellen Cashback-Aktionen kurz vor Black Week, kurz vor den Black Deals oder Black Friday Deals, wie sie auch immer heißen mögen. Ich möchte dir die Tipps zu Sony kennen und Fuji bzw. Nikon geben, denn alle haben aktuell ihre Cashback-Aktionen oder generelle Aktionen, Promotion-Zwecke, wo man jetzt Rabatte absahnen kann. Und ich sage dir zum Schluss, was ich aktuell machen würde, wenn ich mir anschaue, was die Kamerahersteller aktuell anbieten. Fangen wir an mit Nikon. Nikon bietet aktuell zwischen 50 und 1000 Euro Cashback. Es gibt verschiedene Modelle. Besonders stark beworben wird aktuell die Z8 in der Promotion und die Z8 ist nicht ohne Grund sehr stark beworben, weil es eine sehr, sehr gute Kamera ist. Ein Review dazu gibt es in meinem Kanal, das habe ich hier oben auch verlinkt. Und aktuell kannst du die Z8 mit dem 24120 bereits in einem großen Cashback bekommen. Du kannst allerdings auch das Nikon 2470 Blende 2.8 im Cashback bekommen, aber auch das 105mm Blende 2.8. Also für alle, die gern Portrait fotografieren wollen, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Objektiv. Für alle Landschaftsfotografen unter euch wäre dann eher wahrscheinlich das 2470 bzw. 24120. Interessant, das finde ich persönlich auch sehr interessant und sehr ansprechendes Objektiv. Also das würde ich mir in der Kombination mit der Z8 auf jeden Fall anschauen. Es gibt auch verschiedene Händler, die aktuell die Nikon Z63 zum Beispiel in einer kleinen Aktion haben, wo man 200 Euro Cashback sofort als Abzug bekommt. Nikon-seitig ist aktuell allerdings nichts anderes mit der Z63 geplant und da würde ich wahrscheinlich noch auf den Black Friday warten, um einfach zu sehen, ob Nikon dahingehend sich noch bewegt mit einem Rabatt oder ob da eben nichts kommt. Punkt Nummer 2, Sony. Wir haben jetzt hier die Sony A7R5 stehen und die ist auch aktuell im Cashback. Für die A7R5 könntest du aktuell bei Sony 400 Euro Cashback dir sichern. Du müsstest sozusagen nach dem Kauf deinen Beleg einreichen und hochladen und wenn du ihn bestätigt bekommen hast, bekommst du ihn nach Ablauf der Promotionzeit auch dann erstattet, also die 400 Euro erstattet. Aber auch die A7R5 wird aktuell mit 300 Euro Cashback bei Sony auf der Webseite beworben und damit rutscht die A7R5 in eine sehr angenehme Preiszone, finde ich. Vielleicht gibt es auch noch Hersteller, die noch was obendrauf legen. Also die A7R5 finde ich im Preis super attraktiv aktuell, wenn du auf der Suche bist nach einer Allround-Kamera. Und da gibt es meiner Meinung nach aktuell keine bessere Kamera, die alles gut abbildet, also sprich Foto und Video mit einer sehr, sehr guten Performance, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und auch, nicht zu vergessen, mit einem sehr, sehr großen Objektivpark seitens Sony, beziehungsweise auch Übertritt-Hersteller. Also da lohnt es sich auch bei Sony aktuell reinzuschauen. Bis zu 500 Euro Cashback kann man sich abholen, je nachdem welche Kamera, welches Objektiv. Aktuell bei Sony, habe ich gesehen, sind alle top aktuellen Kameras im Cashback. Also die A9 ist drin, die A7IV wie gesagt, aber auch die Filmkamera, die Sony A7S III, die mich gerade eben filmt, ist auch im Cashback drin. Also gefühlt alles, was Sony anbietet im Vollformat ist aktuell im Cashback drin und lohnt sich unbedingt mal reinzuschauen. Kommen wir zu Canon. Die R5, die hier steht, ist aktuell auch im Winter-Cashback. Bei Canon kann man bis zu 400 Euro Cashback sich zurückholen. Also so im mittleren Preissegment ist das Ganze, hinter Sony und hinter Nikon natürlich, was die Cashback-Aktionen betrifft. Allerdings die R5 kannst du aktuell bei Canon im Webshop für 200 Euro Cashback dir sichern. Und das ist auf jeden Fall nicht unbedingt der beste Preis, aber schon ein Preis, wo ich sagen würde, die R5 Mark II für 4.800 Euro oder die R5 für 200 Euro nochmal rabattiert, würde ich mir überlegen, würde ich mir anschauen, wenn es rein um Foto geht, würde ich wahrscheinlich zur R5 Mark I greifen. Weil sie gegenüber der R Mark II nicht wirklich große Nachteile bietet. Das ist mein Empfinden, nach meiner Nutzung mit der Kamera, nach über zwei Jahren, würde ich eher noch zu der ersten Version greifen. Und aktuell zum Winter-Cashback würde ich mir durchaus überlegen, die Kamera, wenn die für dich eine ernsthafte Rolle spielt, dann auch nochmal anschauen und gegebenenfalls vielleicht über diese Aktion mir auch sichern. Aber auch die R6 Mark II ist in der Aktion mit 300 Euro Cashback, wenn es interessiert. Also nochmal besserer Autofokus als die R5 und natürlich kein Head-Up-Display hier oben, also kein Top-Schulter-Display, aber durchaus etwas potenter, was den Autofokus betrifft und vor allen Dingen auch die Videofunktionalität, denn dort wissen wir nicht wirklich etwas von Überhitzungen, das ist eher bei der R5 noch das Thema gewesen. Also für alle, die einen Allrounder suchen mit guter Auflösung, mit guter Videofunktionalität und Performance, wäre die R6 Mark II wahrscheinlich eher die bessere Wahl, 300 Euro Cashback und insgesamt auch nochmal günstiger generell eine Anschaffung als die R5. Es gibt aber auch die R7 und die R8 gerade dort mit dem Cashback, die R7 mit 150 Euro Cashback und die R8 mit 200 Euro Cashback. Auch da finde ich es sehr interessant, die R8 wahrscheinlich für alle, die sagen, die R6 Mark II, vielleicht doch die R8. Einige Einschränkungen hast du natürlich in dem Body, aber der Sensor ist der gleiche, da kommen die gleichen Bilder raus. Von daher vielleicht doch der Hand geht eine Überlegung wert zu sagen, hm, schaue ich mir vielleicht auch mal Canon der Hand geht an. Und last but not least Fuji, die Fuji X106, die hier steht, ist leider nicht in der Aktion bei Fuji. Fuji hat allerdings aktuell eine Cashback-Aktion, die sich vor allen Dingen laut meiner Recherche auf der Webseite größtenteils auf Objektive beschränkt. Es gibt drei Kameramodelle, zwei besser gesagt und noch Kombinationen dazu. Die Fuji Film X-H2S und die X-H2 sind jeweils in der Cashback-Aktion mit 200 Euro vertreten und alles andere dann in der Kombination mit den Objektiven. Zum Beispiel die Fuji X-H2 mit dem 16-80mm Objektiv für 200 Euro Cashback. Durchaus interessant. Du kannst aber auch sagen, ich nehme die X-H2 ganz normal zum Fotografieren und gönne mir dazu das X-F23mm, das klassische 1.4er Objektiv. Für mich auch das Fuji Objektiv schlechthin. Das gibt es gerade mit 100 Euro Cashback. Also ihr hört, so viel geht da nicht bei Fuji. Also was die Cashback-Aktionen betrifft, ja, da könnte durchaus so ein bisschen mehr gehen. Und ich finde ein bisschen schade, dass bei Fuji aktuell weder die X-T-Serie noch die X-100er-Serie, klar hier gibt es gerade Lieferengpässe, aber wenn es dann doch einen Händler gibt, der noch einige Kameras hätte, wäre es vielleicht ganz nett, wenn man die Cashback-Aktion dann auch den Kunden gönnt, die sozusagen sich diese Kamera dann auch leisten, weil günstig sind sie nicht. Auch die X-T-Serie ist alles andere als günstig. Da bekommst du in anderen Bereichen schon fast Vollformat, beispielsweise bei Sony. Und das ist dann schon ein bisschen die Überlegung mit dem größeren Spielraum, was Cashback betrifft bei Sony und dem deutlich kleineren Spielraum, kommen die beiden sich schon ziemlich nah und das Ganze schon vor Black-Deals oder Black-Friday-Deals, wie auch immer. Wenn diese kommen, bereits im Vorfeld sind die beiden schon ziemlich nah, zum Teil, was die Preise betrifft oder die Kombination mit den Objektiven. Also da ist, glaube ich, ziemlich spannend herauszufinden, was du machen möchtest mit der Kamera, welche Marke du vielleicht schon hast an Objektiven oder Kamera. Dementsprechend würde ich dann dort nochmal reinschauen, was du vielleicht brauchst. Und wenn du noch gar nichts hast, bist du natürlich vollumfänglich unvoreingenommen und kannst dir selbst überlegen, was du dir für das Geld kaufen möchtest. Im Zweifel würde ich, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich würde im Zweifel bis zum Black-Friday warten, weil sich die Cashback-Aktionen noch bis Ende Januar bei den meisten ziehen. Also bei Mitte Januar bzw. Ende Januar sind die meisten Cashback-Aktionen. Das heißt, wenn du zum Black-Friday dir jetzt nicht die Kamera oder das Objektiv dabei hast, was du dir dafür wünschst, dann kannst du im Zweifel über die normale Cashback-Aktionen vielleicht auch noch eine Cashback-Aktion von einem Händler on top, die einen guten Preis im Nachhinein auch noch sichern und bist quasi nicht gezwungen, jetzt im Vorfeld schon vor den Black-Friday-Deals, die irgendwas ist zu kaufen im Sinne von, ich gönne mir es und habe es noch günstiger bekommen als vorher, bevor die Aktionen eben nicht kommen und die Kameras weg sind. Also da empfehle ich dir einfach zu warten bis zum Black-Friday und auch noch durchaus über den Black-Friday hinaus warten. Denn wir alle wissen, dass die Industrie gelernt hat, mit dem Black-Friday umzugehen. Nicht alles wird automatisch günstiger. Ich selbst habe auch herausgefunden, dass einige Kameras oder Objektive dann zum Teil im Preis wieder anziehen, kurz vor dem Black-Friday und die Aktionen dann nur minimal eine Ersparnis dann bedeuten im Preis zu vorher. Von so her denke ich, lohnt es sich generell abzuwarten, was passiert an diesem Freitag, also zum Black-Friday-Freitag, beziehungsweise was passiert in der Woche danach. Und da kann man immer noch über diese Cashback, die es geben und sich zur Not auch noch die ein oder andere Schnäppchen-Aktionen sichern. Was würde ich machen, wenn ich jetzt nichts davon hätte und bin darauf angewiesen, dass eine Cashback-Aktion für mich die beste Ersparnis bringt. Wenn das Geld knapp ist und wir alle haben nichts zu verschenken natürlich und ich möchte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Geld rausholen, würde ich zu Sony gehen, einfach wegen dem größten Objektiv-Angebot mit Drittherstellern, aber auch direkt Sony-Objektiven und Gebrauchtmarkt-Angeboten. Und wenn ich sage, ich möchte eine gute Allround-Kamera und kann ein bisschen mehr ausgeben, würde ich immer zu Nikon greifen. Jetzt wirst du sagen, hier steht die Canon, warum die nicht? Weil sie einfach deutlich teurer ist und weil Canon für mich immer noch nicht das Objektiv-Park-Angebot hat, was man bei anderen Herstellern findet. Also zumindest bei Sony und bei Nikon findet man einfach deutlich mehr durch die Drittherstellermöglichkeiten. In diesem Fall würde ich, wenn jetzt Geld eine Rolle spielt, eher zu Sony oder Nikon greifen. Wenn Geld keine Rolle spielt oder du auf das letzte Level an Quentin Bildqualität und Videofunktionalität angewiesen bist, würde ich dann natürlich zu Canon schauen, weil einfach alles dort ringsherum nochmal besser ausgereift ist, was die Bildqualität betrifft. Aber es hat eben seinen Preis. Soviel von mir zu den Cashback-Aktionen. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben hier. Abonniert meinen Kanal, da helft ihr mir im Algorithmus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 , Tschüss. 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 Vielen Dank.